Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für mich. Für mich? Für dich? Denn heute ist bei mir die Gusta Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was da drin ist und meine Sprache wieder zu finden, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die nächste Show und viel Spaß mit dem Video. Die Gusta Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint. 15,99 Euro kostet und mit meinem Code, den ich dir mal einblende, der so ein bisschen kryptisch ist, kannst du, ich glaube, 6 Euro sparen, sodass du nur noch 9,99 Euro für deine erste Box bezahlst. Bekomme ich, wie gesagt, in der Kooperation zugeschickt. Ich hatte sie damals selber im Abo und ich liebe sie. Ich liebe es, jeden Monat mit Neuheiten und mit coolen Produkten einfach überrascht zu werden. Und wenn du eine gewinnen möchtest, dann schau mal in die Infobox. Da stehen nämlich alle Teilnahmebedingungen für die Verlosung. Ich darf nämlich eine Degusta Box an einen von euch verlosen. Ja, das war es auch schon zu den Randdetails, Rahmendetails. Wir machen die Box auf und schauen hinein. Und wir sehen halt, das ist halt, wie sage ich das? Wenn man halt diese monatlichen Abo-Boxen hat, dann ist es halt irgendwann auch so ein relativ vertrautes Gefühl, wenn man hineinschaut. Man sieht halt den Karton und auf dem Karton sind Salamis und Salzstreuer und Chipsverpackungen und Bonbons und, hast du nicht gesehen, Teebeutel abgebildet. Und das ist immer so, ne, ein Gefühl von, man kennt sich. Und das Butterbrotspapier ist mit einem Klebe zugemacht. Da steht irgendwas mit Teilen drauf, aber irgendwie, manche Produkte verlassen diesen Raum nicht. Sie bleiben einfach hier. Genau, ich habe einen Freund, mit dem teile ich die Box manchmal. Wir sind geschmacklich, was das angeht, sehr gut aufgestellt. Wir essen echt viel. Es gibt wenig, was wir nicht mögen. Und ja, hier habe ich so ein Gutschein-Feed drin von Tails.com. Das ist eher was für Hunde. Da kannst du dir dann Hundefutter individuell zusammenmischen lassen. Dann habe ich hier Pyr. Oh, ich hoffe, dass sowas hier auch mit drin ist. Dinkel Cracker kann ich gerade von hinten durchlesen. Mal gucken, was da so drin ist. Dann habe ich hier... Ich weiß nicht, warum mein Freund sich mal wieder Müsli gekauft hat. Denn ich habe hier schon was für ihn drin. Dann haben wir hier die Info. Und das ist so wichtig. Habe ich eben auf der Homepage auch gesehen. Das wollte ich nämlich auch noch gesagt haben. Es gibt wieder die Degusta-Box Cold. Und entweder, weiß ich nicht, ich glaube, ich bestelle mir die tatsächlich auch. Oder ich frage mal die Degusta-Box, ob ich die zugeschickt bekomme. Müssen wir mal gucken. Aber ich werde sie auf jeden Fall auf diesem Kanal zeigen. Fülle deinen Kühlschrank mit köstlichen Überraschungen im Herbst. Und so geil. Also die Box erscheint im Herbst. Und das ist so eine geile Box. Wirklich. Das ist halt gekühlt. Guckt euch mal das Unboxing an. Ich verlinke euch das mal. Kommt halt so richtig in so eine Alu... Wie auch immer kannst du nachher weiterverwenden. Die Tüte total geil zum Einkaufen. Da sind dann halt sau viele gekühlte Sachen drin. Joghurt und irgendwelche geile Food-Geschichten und so. Mega. Kann ich voll empfehlen. Und ja, voll geil. Frischkäse und so ein Kram. Boah, waren da geile Sachen drin. Ja. Nur für kurze Zeit. Und mit dem Code Coldbox bekommst du die sogar ein bisschen günstiger. Ich überschlage mich. Das tut mir leid. Die kostet normalerweise 17,99. Und mit dem Code bekommst du die für 14,99. Mega geil. Also, ne? Zieht euch die rein. Es waren so viele so traurig, als ich die beiden Unboxing schon gemacht habe. Weil die so schnell ausverkauft ist. Und eben, als ich auf der Homepage nämlich nochmal nachgeguckt habe. 10 bis 15 Produkte hier drin und so weiter. Ich gucke immer, bevor ich das Unboxing mache, noch immer auf der Homepage vorbei. Habe ich auch gesehen. Da kam so ein Pop-up. Hey, die Coldbox ist verfügbar. So. Lababababa. Wir haben hier auch noch... Aber ich fand das wichtig. So ein Flyer mit dabei. Da stehen immer die Produkte aufgeführt. Und die Preise dazu. Ich suche euch immer die Produkte auch im Internet raus. Das meiste gibt es bei Rewe tatsächlich. Und, genau. Habt euch das in der Infobox dann einfach mal verlinkt. Genau. Dann könnt ihr, falls ihr jetzt geflasht seid von einem Produkt, euch das nachkaufen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle wirklich was zu essen und zu trinken in der Hand. Denn das hier wird wahrscheinlich auch sehr schmackhaft werden. Weil ich nasche ich auch ganz gerne. Ich bin halt eine richtige Naschkatze. So, das hier war das, wo ich jetzt eben direkt lachen musste, wenn mein Freund eben einkaufen war. Und er hat sich ein Müsli mitgebracht. Hätte er gewusst, dass in der Degusta-Box, die schon bei mir im Zimmer stand, dieses geile Zeug drin ist. Von Kellogg Tres... Tresor? Tresor. Tresor. Schoko-Karamell und Peanut-Flavor. Oh. Ich hatte die schon mal. Die sind schon ziemlich, ziemlich krass, ne? Er hat sich nichts mehr gekauft, ne? Und er hat sich irgendwie so ein gesundes Müsli geholt. Free present with every pack. Aha. Chance to win other prizes. Okay. Ja, hier sind zwölf Portionen wohl drin. Müssen wir mal gucken. Aber das finde ich ganz toll. Ach, guck mal. Du kannst hier so EM-Geschichten gewinnen. Irgendwie so Fußballbecher. Nennt sich das Fußballschalen? Irgendwie so. Nein, das finde ich klasse. Das kriege ich doch mit meinen Freunden. Die schmecken so lecker. Hatten wir schon mal. Der wird sich was freuen. Mensch. Ne? Das wird zum Teil. Ab und ab teile ich. Hier muss ich immer an Alida Jasmin denken, weil die kommt ja aus Österreich. Und immer, wenn jemand mit ihr ein Tauschpaket macht. Ich habe ja selber auch schon zwei, drei gemacht mit ihr. Ich glaube, ich hatte auch von ihr Wannersnacks mit dabei. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall so ein typischer österreichischer Waffelsnack. Und hier ist das als Mini-Variante mit drin. Und hier hat man scheinbar auch noch so Milchgedöns mit dabei. Sieht so ein bisschen anders aus. Ist auch irgendwie Crunchy Milk Hazelnut Wafers. Keine Ahnung. Steht hier hinten so drauf. Auch wenn wir gleich grillen. Da hast du noch ein bisschen hin. Unten aufziehen und wieder verschließen. Steht hier. Wo ist unten? Zack. Mh. Okay, die sehen natürlich nicht so mega Jamsel-Kapamsel. Klar definiert wie auf der Packung aus. Das ist ja immer so. Aber die sehen schon cool aus. Oh ja. Oh ja. Oh. Das schmeckt wie Knabars. Mh. Die werden nicht lange halten. Das ist schon cool. Ach, wieder verschließbar? Mega. Voll lecker. Mh. Ich habe mir noch ein Getränk geh geholt. Aber ich glaube, wir haben gleich auch was zu trinken drin. Aber mh. So. Das hier zum Beispiel. Was ist das? Mh. 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 San Pelleorino. Nein. Doch. San Pelleorino. Italian Sparkling Drinks. Kreationi. Kreationi. Granatapfel und schwarze Johannisbeere. Es ist mit Alkohol. Manchmal haben wir Sachen mit Alkohol drin. Ne. Ich glaube, es ist kein Alkohol drin. Ich glaube, das ist nicht mit Alkohol. Das ist ja cool. So eine Dose. Da sollte man meistens eher gekühlt zu sich nehmen. Kalorienarm mit Fruchtsaft steht hier drauf. Ach guck. Und dann noch so eine schöne lavendelfarbene Dose. Na, da kann es ja aber auch nicht verkehrt sein, ne? Bitte nicht explodieren hier. So. Oh, das riecht aber schon sehr bierig hier raus. Mh. Ich sag mal Prost. Mh. Schmeckt wie Mineralwasser mit einem Hauch von. Aber das ist halt genau, wie ich es gerne mag, ne? Also ich trinke auch gerne, wenn ich so Eistee trinke oder mir irgendwelche Getränke mache, immer nur mit einem Hauch von Geschmack. Aber es ist tatsächlich sehr durststillend. Mh. Kann ich jetzt nicht in einem Zweck kippen, weil da ist Kohlensäure drin. Da kennt ihr das. Wenn ihr viel Kohlensäure trinkt, das tut in den Ohren weh. Aber gut. Wir gucken mal weiter. Ach guck. Oh. Hier haben wir das mit dabei, was ja auch in der Werbung mit drin war. Und zwar von Pure. Acht Dinkelcracker. Ohne Zuckerzusatz. Natürliche Zutaten. Tomate Basilikum. Und dann kann man das wahrscheinlich auch schön belegen und dann schön zum Frühstück essen. Ist halt wie so ein, ja, Knäcke, ne? Finde ich aber toll. Ja, brauche ich jetzt nicht probieren. Aber, ne, das werde ich dann tatsächlich dann zum Frühstück jetzt die nächsten Tage essen. Dann mache ich mir da so ein bisschen Frischkäse drauf. Oder keine Ahnung, was mir halt so in den Sinn kommt. Einfach um noch ein bisschen mehr Fett dabei zu packen. Weil das ist mir einfach zu gesund hier. Und, äh, ja, das finde ich aber toll. Ne, das mag ich. Finde ich wirklich klasse. Und dann hast du hier halt immer abgepackt. Zwei Stück. Und, ähm, da muss ich mal gucken. Also ich glaube, eins wird mir jetzt nicht unbedingt zum Frühstück reichen. Da nehme ich halt alle beide, ne? Aber es ist schön handlich. Das könnte man theoretisch auch ganz gut mitnehmen. So zum Picknicken oder so. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Ne, Sammy? Na, das ist lieb. Na gut. Hier habe ich, ja, Alkohol. Okay, das werde ich jetzt natürlich nicht probieren. Ähm, nee, das ist 0,0. Okay, Warsteiner 0,0. Grapefruit 0,0% Alkohol. Äh, 100% natürlich. Das einzig wahre Warsteiner läuft bei Ihnen. Jo, ein Bier. Kann man mal probieren. Ich mag sowas wirklich gerne. Also so alkoholfreie Biervarianten. Trinke ich ganz gerne auch tatsächlich. Wenn wir irgendwo zu Besuch sind oder so. Einfach aus diesem Aspekt heraus. Auch wenn ich so Fahrer bin. Oder wenn ich einfach generell keinen Bock habe, Alkohol zu trinken. Das passiert oft, dass mein Freund und ich irgendwo hinfahren und keiner trinkt was. Ähm, jeder hat dann halt so eine Flasche Bier in der Hand. Und dann steht man so zusammen mit einer Flasche Bier und so, ne? Und das fand ich so geil. Dass dann halt dieses alkoholfreie Radler, alkoholfreies irgendwas, Mischbier und so weiter auf den Markt kam. Weil dann fühlen sich die Fahrer nicht mehr so ausgeschlossen mit ihrem Gläschen Cola in der Hand. Hört sich total blöd an. Aber schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob euch das genauso geht. Also seitdem es so diese Fassbrausen gibt und diese alkoholfreien Varianten und so. Was halt in dieser Bierflaschenform ist. Ist das irgendwie charmanter. Ich weiß nicht. Oder ich bin älter geworden und die Leute akzeptieren das mir. Ich weiß es nicht, aber das ist halt etwas, was ich total toll finde. Ja, das werde ich natürlich kühlen und dann werde ich mir das morgen einfach mal trinken oder mein Freund. Genau. So, was ist das denn? Ein Minutenbrot steht hier drauf. Das ist hier in so einer Banderole zusammengebunden. Das sind zwei... Das sind Tassenbrote. Wie geil ist das denn? Okay, das finde ich cool. In der Mikrowelle drei Minuten. Lower Carb, Goji-Beeren und Haselnuss und Kia sind da mit drin. Und das machst du einfach in der Tasse. Beutelinhalt mit 75 Milliliter Wasser. Circa sieben Esslöffel sind das dann. In einen Kaffeebecher geben. Für mehr fluffig kalten Sprudelwasser. Jo. Gut umrühren. Aufpassen, dass am Becherboden keine trockenen Stellen entstehen. In der Mikrowelle garen. Bei 800 Watt circa drei Minuten und bei 600 Watt circa vier Minuten. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Das ist wirklich eine gute Idee, Leute. Ich kenne Tassenkuchen und so ein Kram alle, ne? Ich kenne, äh, hier, wie heißt das? Nicht Spiegelein, Quatsch. Rührei in der Tasse und so. Aber Brot in der Tasse? Richtig witzig. Das ist dann die Lower Carb Variante. Und das ist die High Protein Variante mit Kia, Quinoa, Amaranth und Leinsamen. Oh, das finde ich so cool. Und deswegen liebe ich die Degusterbox so. So was wäre mir im Leben nicht irgendwo im Supermarkt aufgefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man geht halt so einfach stur so vorbei, ne? Vielleicht guckst du ein bisschen links und rechts so bei Aufständen oder so mal vorbei, ne? Wo dein Blick so gecatcht wird. Aber so was wäre mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Nee, Sammy, ne? Achso, der hat sich umplatziert. Sitz, sitzt da. Okay. Wäre mir nicht aufgefallen. Finde ich richtig geil. Weil das ist so praktisch, ne? Weil ich bin doch so eine faule Socke. Ich habe wohl mal ein Brot gebacken, aber so ein 3-Minuten-Brot. Und da musst du halt nur Wasser dazu packen. Und das finde ich auch so praktisch. Weil andere Sachen hast du ja nicht mal eben so da. So. Dann habe ich hier Red Band. Das ist ein Autopack. Und das erinnert mich so an meine Kindheit. Das passt immer so ziemlich gut in diese Getränkehalter. Die halt auch im Auto so drin sind. Und immer wenn wir dann in Urlaub gefahren sind, ist Papa dann bei der ersten Tankstelle rein. Oder hat es vielleicht schon vorher gemacht. Und hat dann halt für die Getränkehalter solche Dinge geholt. Und ich glaube, mein Bruder und ich hatten hinten auch immer Getränkehalter. Ja, so in der Mittelkonsole von meinen Eltern. Da konnten wir das hinten so ausklappen. Da hatten wir auch Getränkehalter. Da konnten wir jetzt auch so was reinpacken. Mega cool. Und das ist halt so richtig Weingummi, ne? Das ist Kindheit für mich. Und wir wohnen ja auch in der Nähe der holländischen Grenze. Und bei uns auf den Wochenmärkten haben wir auch immer einen Holländer stehen. Und die haben immer so geile Süßigkeiten da auch. Du hast einen kompletten riesigen Stand. Riesig. Voll mit Süßigkeiten. Und dann sagst du, ich hätte gerne eine halbe Schippe davon und eine halbe Schippe davon. Und dann steht da der holländische Händler und hat dann so eine riesengroße Papiertüte. Und schüppt das alle mal rein, was du haben willst. Und dann wird das immer so abgewogen, ne? Mega geil. Ich lieb's. Ja. Ja. Das finde ich klasse. Das ist echt toll. Und ich mag die auch tatsächlich. Von Red Band. So. What have we new hier drin? Das hier ist irgendwie ein Glas. Das ist ein Kakao. Guck mal, solche Glasviecher sind nämlich immer so nochmal extra eingeschlafen, damit es nicht kaputt geht. Ähm. Wow. Bio-Schokomilch aus Allgäuermilch. Das ist voll das für meinen Freund. Der ist so ein... Der liebt Kakao. Am liebsten machst du die ganze Tasse voll mit dem Kakaopulver und Tropfenmilch. Milch oben rein. Das ist, das ist, wie er sein Kakao mag. Ich mache eine Tasse mit Milch und mache mir dann einen Löffel Kakao rein. Das sind halt so die kompletten Gegensätze, ne? Aber solche Sachen hat es voll was für ihn. Ähm. Ja. Das ist einfach mit Milch, ja. Genau. Also ich trinke nicht so viel Milch. Ich bin sogar beim Kaffee mittlerweile ja auch umgestiegen auf Mandelmilch, weil ich einfach nicht so viel Milch zu mir nehmen darf. Also Kuhmilch, ne? Das vertrage ich nicht. Ähm. Da bekomme ich halt Ausschlag von und Verdauungsschwierigkeiten. Und ja. Ein Milchmischgetränk. Das kann er dann auf jeden Fall trinken. Deswegen lasse ich das auch noch zu. Das wird dann einfach im Kühlschrank gepackt und dann wird er das entweder heute Abend schon trinken oder sich morgen früh zum Frühstück geben. Ja. Ne? So viel zum Teilen. Ich bin ein freundlicher Mensch, Leute. Glaubt mir. So. Was haben wir denn hier noch? Ein paar Sachen haben wir noch. Nicht mehr so viel. Hier habe ich so eine 5-Minuten-Terrine mit dabei. Das ist mal eben schnell gemacht. Ich finde sowas auch in Ordnung in der Box mit dabei. Was ich nicht so gerne mag, sind diese fix- und fertig-Tüten. Weil da brauchst du natürlich noch 5 Milliarden Zutaten, um das Tütengericht zuzubereiten. Es sei denn, es ist eine Suppe. Das finde ich dann schon wieder praktisch. Hier haben wir von Knorr Vollkornpasta-Snack. Das wird mein Freund nicht mögen, weil der nicht so gerne Vollkornnudeln mag. Tomate und Speck. Das nehme ich mir dann selber mit auf die Arbeit. Und sowas ist halt praktisch, wenn man irgendwie keinen Bock hatte, mittags zu kochen. Oder ich habe das einfach manchmal, wenn dann Außendienstler bei mir vorbeikommt und die sind, keine Ahnung, mega weit gefahren. Und haben einfach schon mal 8 bis untere Arme. Und irgendwie überhaupt keine Zeit, mal eben schnell irgendwo zwischendurch was essen zu gehen. Dann mache ich meine Zauberschublade auf und sage, hast du Bock auf Eierwaffeln, 5 Minuten Terrine. Was willst du, ne? Bin halt auch nur freundliche Kollegin. So viel dazu. Ich bin ein freundlicher Mensch. Manchmal bin ich böse, aber im Großen und Ganzen bin ich freundlich. Genau. Und, ja, genau. Vielleicht möchte ich das aber auch für mich dann einfach mal mitnehmen, ne? Einfach mal gucken. Und, ja, fühle ich ganz gut. Kommt damit zur Arbeit. So. Das hier könnte jetzt passen. Vielleicht. Vielleicht. Weil wir ja gleich krönen. Das ist von Löwensenf. Eine fruchtlose Sriracha. Sriracha-Sauce. Okay, was ist Sriracha? Feurig-fruchtig. Was ist das? Mit Tabasco-Brand-Pepper. Nein, doch. Mit Tabasco-Brand-Pepper-Sauce. Perfekt zu Steaks. Ja, wir essen gleich Steaks. Boah, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, ich habe da jetzt mal kurz Bock drauf, das pur zu probieren. Man gönnt sich ja sonst nichts. Habe ich hier irgendwas, womit ich das... Ich könnte es theoretisch mit dem Mann da einfach mal zusammen probieren. Also, wenn es nicht so scharf wird, ne? Dann würde ich damit eben das nachfungieren. So. Ne? Das ist einfach eine Suche. Nein, sie setzt sich das nicht am Hals. Das wäre es denn auch. Nein, ich gehe eben mit dem Finger durch den Deckel. Oh, das hat aber eine ganz angenehme Schärfe. Ich mag... Ich mag schon ganz gerne scharf, aber nicht so übel scharf, dass alles in meinem Mund verbrennt. Das werde ich mir gleich schön zum Steak essen. Oh, geil. Ach, schön fruchtig. Ach so, ne? Ich schmecke das jetzt gerade. Aber nicht so scharf. Aber angenehme Schärfe. Geil. Mag ich. Voll gut. Wusstet ihr nicht, dass Löwensenf halt auch sowas herstellt, ne? Das ist klasse. So. Oh Gott. Ja, damit haben sie mich jetzt ja sowieso Nicknacks und ich besinnt so. Wirklich. Also Nicknacks weiß nichts von mir, aber ich liebe sie. Das sind Nicknacks. Double size. No. Die sind neu. Okay, also sind die dann doppelt so groß wie die normalen Nicknacks? Oh Gott. Ja, das... 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 Das finde ich schon sehr, sehr geil. Mmh. Komm, wir probieren mal ein. Ich will mir angucken, was Double size heißt. Okay, das sieht einfach aus wie ein normaler Nicknacks. Also das sieht jetzt nicht doppelt so groß wie normalerweise aus, oder? Mal gucken. Vielleicht haben wir das doppelte Hülle drum zu ist. Nö. Das ist eigentlich ganz normal. Oh. Da krümmelt es runter. Nö? Oh, aber lecker. Oh. Hat der schon so lange... Dumm eigentlich. Warum kaufe ich mir keine? Ja, das sind so lange keine Nicknacks mehr. Hm. Vega Peanuts steht hier drauf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier große Erdnüsse drin sind. Naja, vielleicht, ne? Werden halt die ganz kleinen aussortiert. Aber... Schmeckt auf jeden Fall geil. Und wird heute Abend gegessen. Finde ich 1a. Und nun... Und nun und nun... Ist der kleine Mann schon am Schlafen? Man glaubt es kaum, aber ich habe ihn in den Schlaf geredet. Das habe ich gut hingekriegt, ne? Hier haben wir... Stimmt, wir hatten... Doch, wir hatten... Wir hatten ein bisschen was zu trinken, ne? Ja, ein bisschen. Hier haben wir noch einen Cocktail. Cosmopolitan Special Edition. Fruchtig-Beerig mit frischem Cranberry-Twist. Das ist aber mit Alkohol. Okay. Es sieht so verlockend aus wie in der Grundschule, wenn man so Apfelsaft oder Orangensaft bekommen hat. Oder wenn man jetzt so, ne? So Tagungen hat oder, ne? Keine Ahnung, in der Firma. Hat man immer diese Flaschenform. Und hier ist ein Cocktail drin. Okay, das ist Alkohol, Leute. Ich trinke keinen Alkohol hier. Also ab und an trinke ich Alkohol, aber sehr, sehr, sehr selten, ne? Meistens verleiten meine Eltern mich dazu. So wie letztes Wochenende. Tatsächlich. Unglaublich, ne? Es ist unglaublich. Nein, aber das werde ich mir auch schön kühlen und dann für den Fall der Fälle einfach mal in den Kühlschrank stellen. Aber eigentlich ganz witzig, das mit drin zu haben, finde ich. Genau. Ich mochte auch tatsächlich immer super gerne, wenn ich halt... Ne, das war eigentlich Sex on the Beach. Also wenn wir halt so Cocktailabende hatten oder so. Habe ich mir Cosmopolitan bestellt. Ich habe mir Sex on the Beach bestellt. Ja, dieser... Oh Gott, wie ist denn auch der, den mein Freund sich immer bestellt hat? Das war im Prinzip einmal die komplette Long Island Iced Tea. Die komplette Bar einmal abfegen und da reinmachen. Also alles möglich an Alkohol. Naja, aber sowas ist, ne? Hat man dann einfach mal mit dabei. Und ich finde einfach das von der Flascheform her etwas merkwürdig und witzig und irgendwie cool. Wir haben leckere Produkte drin. Und ich finde, dass diese Box sich tatsächlich von den anderen Boxen schon ein Stück weit abhebt, ne? Ich fliege noch einmal kurz hier drüber, ob hier irgendwie drin steht. Okay, bei diesem Getränk hätte man noch was anderes mit drin haben können. Zum Beispiel Blutorange und Orangenblüte wäre die Alternative gewesen. Ansonsten bei dem Manna-Snack hätte man auch drin haben können Milch-Schoko und nicht Milch-Haselnuss. Ich habe Milch-Haselnuss, das ist was ich gut finde. Bei dem Löwensinn hätten wir auch noch eine Barbecue-Soße mit dabei haben können. Und ich bin sehr froh, dass wir die Sriracha-Soße hier haben. Ja, genau. Aber ansonsten habe ich nichts vergessen, ne? Mega geil. Also das war eine leckere Box. Ich freue mich drauf, die Sriracha-Soße gleich beim Grillen zu benutzen. Die Nick-Nacks heute Abend vorm Fernseher zu naschen, vielleicht dabei einen Cocktail zu trinken. Nein, so hardcore ist es noch nicht, es ist erst Montag. Kakao kriegt mein Freund, das kann ich auf Arbeit mitnehmen. Ich habe für alles Verwendung. Also da ist nichts dabei, wo ich sage, IBA, finde ich cool. Und ihr Lieben, denkt dran, ihr könnt in diesem Video was gewinnen, und zwar eine Box. Ich weiß nicht, ob es genau die gleiche sein wird. Es kommt ganz drauf an, wie schnell ausgelost wird und ob die noch vorrätig ist und so weiter. Vielleicht ist es sonst einfach die nächste Box. Aber die haben halt nicht immer coole Sachen drin. Denkt an die Degusta-Box Cold. Woran sollen wir noch alle denken? An den Kot. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!